WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, wir sind jetzt von der zweiten Zone auf die ersten Zone. Zwischen den zwei Abbauflöten und den Abbauflöten, das sind wir jetzt hochgefahren. So, wir müssen jetzt den anderen kommen. Wir sind auf der rechten Seite auf dem Absatz, das sind früher die Bergwürde gelaufen und gefahren. Wo wir fahren, da war eine Seilbahn. Zwei Bleise, die Wagen, auf der einen Seite die Fonds und Schacht und die Leeren wieder ins Revier. Die Seilbahn ist mit einer Schiene. Ein elektros Seil, das nicht vollgezogen wird. Hier auf der rechten Seite ist auch ein bisschen angeschauend, es war egal. Ein Elektro, beide diesen, die waren hier nicht im Einsatz. Die sind hier als angeschauendsten, aber eher gebrannt worden. Und du wolltest gerne fahren, weißt du noch, warum es sind? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Fisch kennt. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Fisch kennt. Da haben wir verloren. Der erste macht sich schon warm. Das hat sich auch noch gelaufen. Das war im nächsten Jahr noch jetzt. Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. Das ist ja die erste Verblickungsstation. Wenn wir hier noch in den Großbunker kommen, steht gleich auf der linken Seite das größte Unterdauer-Abbau-Gerät. Das ist ja die erste Verlust-Abbau-Gerät. Das ist ja die erste Verlust-Abbau-Gerät.